Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund, das ist ja auf den ersten Blick auch eine charmante Idee. Erstmal bin ich ganz ehrlich, ich liebe diesen Spieler. Und zweitens ist er einer der größten Spieler, die die Welt jemals hervorgebracht hat. Und wie gesagt, ist auch sehr charmant. Cristiano Ronaldo hier im Signale Dunar Park, den größten und wie ich finde schönsten Stadion mit extrem bezahlbaren Ticketpreisen, das hätte ja was gehabt. Da haken es nun, es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten. Und demzufolge sicherlich auch keinen Transfer. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das jetzt einfach so akzeptieren würden und dann vielleicht auch mal aufhören, darüber zu schreiben, weil das ist ehrlicherweise bitterst dieser Größe des Spielers nicht gerecht. Und wir sollten uns nach dieser Bilanzpressekonferenz spätestens auf das Spiel morgen gegen Werner Bremen fokussieren. Das zu dem Thema.